Sorgen was geht ist der vorletzte Tag oder Jungs jawohl ich kann nicht nur auf die Scheiße ich weiß nicht vorbei äh das ist wieder so ein Scheiß Schneemann oder sowas ja Weihnachtsmann ey morgen gibt's dann wieder äh Remco bastelt mit Überraschungsei oh weißt du was jawohl das kann ich eigentlich eine Türchengröße kennen und ich da auch einen Kalender drauf dass er so äh Überraschungseinheit drin sind und es kann ja das jetzt erst eins das heißt morgen muss stell dir vor das letzte Türchen kommt nur so so ein Kinderriebel so ein geköpfter Schoko Nikolaus ja was sagst du dazu ja am letzten Tag kommt natürlich das große Finale geköpfter Nikolaus den gibt's an 25 gibt's nicht naja ich bin fertig wie lange brauchst du denn noch unfassbar wie das Leben überhaupt keinen Sinn hat es macht keinen Sinn warum seid ihr überhaupt noch hier ich kann ja gleich dieses 10 Cent hier das schmeiß ich weg wieso seid ihr noch hier es macht keinen Sinn ähm und wenn ihr morgen wieder einschaltet dann seid ihr doch einfach nur wahnsinnig sowas gibt's einfach nicht man kann's nicht ernst nehmen wenn ihr jetzt ein bisschen macht pfff 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 pfff